Hallihallo, da sind wir wieder. Es geht weiter hier bei ufoman.lp mit Craft the World. Sammle Wasser. Sammle Wasser. Hacke Dings weg. Haben wir noch die Imps. Ja, die sind noch ganz langsam hier am Arbeiten. Wo wären wir denn angegriffen? Hier vorne, okay. Das ganze Zeug hier muss noch eingesammelt werden. Guck mal, hier würde ich mal angeln. Fische, genau. Fische mal da. So, gleich wird hier ein neues Portal fällig. Die könnt ihr auch noch abhacken. Jo, jetzt. Fischst du jetzt? Ja, schön. Dann angeln wir mal schön Fische. Das Ding können wir noch töten. Töten. Abhacken. Abhacken. Nur die ganze Seite könnten wir hier eigentlich mal abfarmen. Huhn nehmen wir mit. Wir werden das mal alles abfarmen. Die ganzen Viecher hier, die werden wir gleich mit abbauen. Die Wildschweine zum Beispiel. Können wir uns einen schönen Wildschweinbraten draus machen. Alles, was es hier noch gibt, holen wir uns. Ja, ja, wahrscheinlich von einem Wildschwein werde ich angegriffen. Da reagiere ich jetzt mal gar nicht drauf. Und wolle, guck mal. Und jetzt holen wir uns alles, was es hier noch gibt auf der Seite. Gut. Können wir hier noch weiter fischen, wenn es geht? Hm, okay. Dreimal Fischbefehl. Die Imps arbeiten auch fleißig. Sehr schön. Oh, hier ist ja der Friedhof schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und da haben die sich schon so eine Brücke gebaut, die Viecher. Oh, es wird dunkel. Hinten ist ja nichts mehr zum Abbauen, was? Es sei denn, wir nehmen noch die hier mit. Die lassen wir aber erst mal stehen. Dass die Kumpel sich mal hier auf hier hinten konzentrieren vielleicht. Hier, ja. Die sind so fleißig am Arbeiten. Mal hoffen, dass ich das mit den Monstern jetzt ein bisschen in Grenzen halte. Die Imps sind noch unterwegs. Wir werden jetzt mal hier bleiben. Wir könnten natürlich für die Rückkehr noch ein bisschen. Hier hat auch noch keiner gebaut. Mann, Mann, Mann. Wir könnten für die Rückkehr noch ein bisschen was zu essen hinstellen. Für unsere Zwerglein. Und heute gibt es mal Apfelkuchen oder überhaupt Kuchen. Zur Abwechslung. Hier. Kuchen und Fischsuppe. Ich kenne euch doch. Das wird euch schmecken. So, wir gehen mal hier wieder zur Kontrolle. Okay. Die Imps sammeln weiter ein. Hier werden die Rohstoffe... Ah, okay. Wir haben wieder Bücher. Sehr schön. Fischerbuch. Sehr schön. Okay. Portal, Portal, Portal. Ist gleich abgelaufen. Warum hier nicht gefischt wird. Ah, jetzt. So, dann würde ich vielleicht sogar das Wasser hier mal absammeln, damit das ein bisschen weniger wird. So. Warte mal, warte mal, warte mal. Okay, die Imps sind noch im Einsatz. Jetzt brauchen wir aber ein neues Portal. Und zwar können wir das hier hin machen. So. Sehr schön. Dauert natürlich wieder eine halbe Stunde, bis die gerafft haben, dass da das Portal ist. Okay. Ihr seid auch fleißig. Also, wir werden die jetzt mal nicht noch woanders hinschicken, damit die erstmal das hier hinten alles fertig machen. Das habe ich schon gemerkt. Wenn man jetzt so zwei Seiten, zwei Baustellen gleichzeitig hat, wird es ein bisschen komplex. Gut. Hier sind so viele Ressourcen liegen hier rum. Wie ist Imps mäßig? Die Imps sind noch am Arbeiten. Okay. Gucken wir mal, ob wir was, was können wir jetzt mal, Brötchen, Eintopf haben wir noch gar nicht gemacht. Komm, wir machen mal Eintopf. Da würden sich auch freuen, eine kleine Abwechslung mal. Oh, Alter, haben wir viele Blätter? Kohle? Zwei Kohle. Zehn Eintopf. Wir haben nur zwei Kohle, dann müssen wir Kohle craften. Erstmal vorübergehend. Wir haben echt einen Kohlemangel, das glaubst du gar nicht. Holz wird ja da noch ewig viel kommen. Deshalb werden wir das mal alles hier vercraften. Sechs Kohle kommen da eh nur bei raus. Die Imps sind immer noch am Arbeiten. So, schön. Hier wird noch nichts gemacht. Okay. Okay. Ach, sag mal, ich habe doch Fallen gebaut. Ich könnte doch jetzt mal diese Fallen noch aufbauen. Ich hoffe mal, dass meine Zwerge da nicht reintappen. Hier, das war dann hier. Guck mal, acht Fangeisen haben wir. Da werden wir jetzt mal hier ein Fangeisen hinbauen. Ach, da kommt er gar nicht hin. Hier haben wir das Schild doch. Hier haben wir das Schild entfernt. Dann kommt er da doch hin. Dann machen wir hier. Okay. Dann machen wir hier ein Fangeisen. Und bauen wir das hier ab. Das Wasser? Ne. Baut das mal alles ab, damit wir da ein paar Fangeisen hin machen können. Und die Dinger könnt ihr auch erstmal wieder abbauen. Und hier, die könnt ihr auch abbauen eigentlich, wa? Entferne Eisenkäfig. Entferne Eisenkäfig. Entferne Eisenkäfig. Dass wir da Fangeisen dann rein machen. Die Dinger. Könnt ihr auch alle entfernen. Alles zugewuchert da. Kommen schon welche, die das übernehmen. Ja, sehr schön. So, wie sieht's aus? Seht ihr dann hier hinten eigentlich mit der Arbeiterei fertig? Oder? Warte mal. So. Und. Ah, Portal ist noch offen. Okay. Die Imps fangen jetzt schon an zu sammeln. Ja. Da wird richtig was bei rumkommen. Gut, dann würde ich vielleicht mal diese Befehle hier beenden. Erstmal, dann gucken wir mal, sind hier noch irgendwo Befehle? Nö. Dann können die jetzt zurück und dann schließe ich das Portal. Können wir ja nicht verhindern, wa? Ja, dass die. Na, vielleicht haben wir Glück. Dass die jetzt nicht bis sonst so wohl läuft, wenn der wiederkommt. Falls jetzt noch einer kommt. Das Portal schließt sich gleich. Bitte nicht. Bitte nicht. Nochmal. Bitte nicht mehr kommen. Bitte nicht mehr kommen. Nein. 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 Nicht kommen. Nicht kommen. Nicht durchs Portal kommen. Nicht durchs Portal kommen. Ja. Okay. Portal zu. Zwerge haben nichts mehr zu tun. Und die Imps transportieren das ganze Zeug. Okay. Sieht ja ganz gut aus. Dann können die jetzt hier weitermachen. Warum machen die? Warum wollen die da nicht weitermachen? Warum sind die da los? Ist ja Auftrag schon zu alt. Dann machen wir jetzt nochmal, oder? So, wie sieht es hier aus? Okay, hier wird gearbeitet. Das ist immer schön. Apropos gearbeitet. Wir werden mal... Warte mal, was zu essen. Salat. Können wir ein bisschen Salat machen? Hatten sie auch schon lange nicht mehr? Machen wir mal ein paar Salate. Okay, so. Und noch was anderes. Ich wollte mal noch ein schönes... Ach, guck mal. Wir haben ja drei Schränke mit Glastüren. Na, dann werden wir nochmal... Die müssen wir, glaube ich, mal aufbauen, damit es da ein bisschen schicker wird. Vielleicht sollten wir uns so eine Art Salon mal bauen. Hier oben wäre eigentlich guter. So. Und so. Und da nicht, okay. Hier hinten könnte noch einer hin, oder? Nee. Achso, das sind alle, okay. Eieiei, die haben auch alle zu tun hier. Ah, jetzt habe ich hier aus Versehen. Warte mal, hier, die fallen noch. Die sollen dann hier rein. So. Und hier sollen auch noch fallen hin. Die sollen alle hier hin. Die fallen schon alle. Und dann möchte ich auf jeden Fall hier noch einen Stein haben. Genau. Nach unten graben die sich ja nicht die Monstren. Okay. Du willst jetzt da runter wieder, war klar. War klar. Ich hoffe, dass du den Stein jetzt einbaust. Erwin. Nee, wie heißt er denn? Können wir das gucken? Ja, wir können ja gucken, wie der heißt. Nee, wollen wir aber im Moment nicht, oder? Was macht der denn überhaupt jetzt? Hat der eine Falle dabei? Ah ja, okay. Greif mir die mal an hier. Genau, den Stein müsst ihr da rein machen. Ist ganz wichtig. Ja, sehr schön. So, jetzt kommt es ja nicht mehr hoch. Dann müssen wir mal ein bisschen einen anderen Weg suchen. Zwerg. Ja, kletter mal weiter. Bist du mitbekommen, dass es da nicht weiter geht? Er vergeht nur wahrscheinlich dreieinhalb Jahre. So, jetzt überlegen sie nämlich. Ah, warte mal. Dann müssen wir vielleicht doch noch... Haben wir noch einen Käfig? Einen Käfig könnten wir noch aktivieren. Wir haben garantiert noch haufenweise Käfige. Hier, guck mal, sieben Käfige haben wir noch. Dann bauen wir mal hier noch ein Käfig. Ach du Scheiße. Guck mal, der Magier kommt jetzt hoch. Mal gucken, was der macht mit seinem Magierstab. Achso, den benutzt er ganz normal wie eine Waffe. Was hat denn das mit Magie zu tun? Ach du Scheiße. Hat die eigentlich hier schon in irgendeine Falle reingetakt? Oh, jetzt mal das Ganze. Ich will jetzt aber keinen verlieren, wegen so einem bescheuerten kleinen Goblin-Angriff hier. Achso, nee, weißt du, du kannst nämlich mal essen gehen. Und? Sieben, wir haben drei Zwerge verloren. Ach du Scheiße. Drei Zwerge durch diesen Angriff hier. Ah, die können nicht abhauen. Oh, nee, die können nicht abhauen. Oh, nee, was machen wir denn jetzt? Verlieren wir jetzt die gesamten Zwerge? Ach Gott, dann können wir uns jetzt in Zukunft gar keinen Kampf mehr leisten. Wir sind im Prinzip in unsere eigene Falle wahrscheinlich getappt. Dadurch, dass wir hier unten in dieser Grube sind, ist es ein bisschen problematisch. Wir sind nicht gewonnen. Haben wir noch Imps? Ja. Ah, fünf Zwerge nur noch. Wenn wir jetzt diese fünf Zwerge können wir jetzt höchstens noch... Ja, lachen wir noch, du blöder Goblin. Guck mal, ist denn das eine Flagge? Ja, die können wir jetzt höchstens noch... Guck mal, das habe ich noch gar nicht gebaut. Hier auch Eichsenkessel. Warte mal, warte mal, warte mal, dass wir hier so ein Schild nochmal aufstellen. Hier. Und dann hier im Portal hinein bauen, dass die vielleicht sich mal hier wegbeamen. Weil sonst haben wir bald keine Zwerge mehr. Die haben ja gar keine Chance. Oh, verflucht. Also mutig sind sie, ja? Mutig sind sie. Oh, da kann er dann doch zurückrennen, ja. Okay. Bring dich in Sicherheit, Zwerg. Oh, nein, der steht so ab. Oh, vier Zwerge. Ach, du Scheiße. Und warum stirbst du nicht? Du garstiger Geselle, warum stirbst du nicht? Jetzt haut er wieder ab. Oh, das war ja eine Aktion. Schnell, hier müssen wir ganz schnell... Hier müssen wir ganz schnell hier das ganze Zeug einsammeln. Von den Zwergen vor allem. Wäre mir ganz lieb. Was, die greifen meine Imps doch nicht an, oder? Ganze Rüstungsteile und so. Hör auf da! Gucken, ob jetzt einer kommt und tatsächlich da die Treppe abbaut. Wahrscheinlich nicht, wa? Nein, lieb, Sackgesicht! Oder warte mal, können wir auf die Schnelle hier noch... Traut sich das einer? Ne, warte, da kommt jetzt keiner mehr raus. Ne, wir nehmen mal die Befehle wieder zurück. Und ihr, äh, müsst mal die ganzen Rüstungen von meinen Zwergen einsammeln. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, Leute, das tut mir sehr leid. Tut mir sehr leid. Was sich scheinbar ist, was sich scheinbar abgespielt hat, dieses Drama. Hier liegt da auch noch alles voll. Könnte man vielleicht noch einsammeln, das ganze Zeug hier. Zeit dafür haben, heißt das? Ne, die sind so fertig, meine vier Leute hier. Kannst du jetzt nicht mehr viel machen. Können wir froh sein, dass wir die Imps haben. Oh, die Folge ist zu Ende, meine lieben Freunde. Das war's. Äh, bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. So, jetzt geht's gleich weiter mit der Folge 40. Und ich, das, also ich starte pausiert. Ich starte bei drei. Eins, zwei, drei. Jo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zur Folge Crafts World 40. Wir sind hier in Arger Bedrängnis. Äh, echt eine Herausforderung. Wir haben schon mal gelernt, dass in solchen Gruben die Zwerge so ein bisschen Probleme haben. Und haben uns sozusagen, wer sich eine Grube gräbt, fällt selber rein. Genau das ist passiert. Genau das ist passiert. Wo kommt der denn her? Komm, greif mal den hier an. Traust du dir das? Ne, wa? Nein, das ist... So erstaunlich, dass die dich... Ja, los, komm, da ist ein Tor. Los. Das schaffst du, du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Los, los geht's, Portal. Nein, da nicht lang. Geht's, Portal. Los, schnell. Oh. Oh, das war ja, das war ja, das war ja eine Aktion. Einer von den vier Zwerge ist ja einfach hingerannt. Achso, die wollen natürlich auch hier heraus, um hier irgendwas zu arbeiten. Muss man denn, wenn die Befehle wegnehmen. Okay. Der Hörpling, gut. Sie haben sich ja schon ein bisschen dezimiert. Hier wird natürlich unbedingt hier unser... Bring ihn bloß um. Bring ihn um. Trifft er den überhaupt? Ja, das Herz wird immer kleiner. Gleich bist du tot, du dover. Gut, dann hier noch ein Stein. Ich stöte erst mal weg, kurzfristig. Ja. Ja, die schlafen aber, wa? Wir werden die mal schlafen lassen. Vielleicht können wir in der Zeit... Ah, wenn wir jetzt irgendwas produzieren. Könnte irgendwas Einfaches produzieren. Was, 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 was? Was gibt's denn hier? Salat haben wir. Fisch. Gebratener Fisch. Wir haben acht Fische. Naja, und Öl. Warum haben wir nur ein Öl? Kohle haben wir immer noch so wenig. Warum haben wir nur ein Öl? Beeren, okay. Stein, okay. Es wird ja gepresst, das Öl. Eine Flasche. Ah, wir haben 16 Flaschen, okay. Machen wir hier ein paar... Psssssss. Noch mehr Fischsuppen. Komm, wir wollen noch mehr Fischsuppen. Lecker, lecker, Fischi, Suppi. Kohli, Schnuppi, Buppi. Gut, äh, 15 Kohle, 20 Kohle, äh, 20 Fisch. Äh, wie heißen die Dinger nochmal? Gebratener Fisch, wa? Gut, mach mal 20 gebratene Fische. Wenn ihr halbwegs ausgeschlafen habt. In 11 Sekunden kriegen wir wieder ein Zwerg zurück. Wird hier noch erarbeitet? Impenmäßig? Jetzt fliegen da alle nach da hinten. Ihr sollt doch nicht nach da hinten fliegen. Na, das ist egal. Ja, das ist egal.